Und da sind wir wieder am Waldrand auf der Jagd nach dem zweiten Ocelot. Eine Katze haben wir bereits im letzten Part dazugewonnen und da haben wir eigentlich auch das zweite Ocelot entdeckt, das sich versteckt. Die Frage aller Fragen ist jetzt nur, wo? Ich wollte das auch nicht. Das ist unser eigener. Da ist es, wir haben es wieder gefunden. Na komm, Katzi, 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 Katzi. Katzi, Katzi, wo kommst du her? Mensch. Ja, trau dich. Komm her. Ja, und da ist der Bug auch wieder eingetreten. Mensch, wie ich sowas hasse. Neue Fische angeln. Hopp. Äh, nee. Hopp. Hm. So. Auf allem rational. An der Küste. Ja, geh runter. Ich brauche nur einen Fisch. Komm. Mensch. Ja, komm. Nicht ersaufen, Katze. Nein. Ja, komm noch an Land. Nicht ertrinken. Komm raus. Na komm, Fischlein. 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 So. Jetzt müssen wir es erstmal wieder, wiederfinden. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon über alle Berge. Super. Oder? Nein. Da unten. Da unten ist dieses zarte Geschöpf der Natur. Na komm. Komm zu uns. Mann, ey! Kann doch nicht der Ernst sein. Was soll denn das? Ich finde ja echt, Minecraft ist ja echt ein super tolles Spiel. Muss ich ja sagen, ne? Aber da sind mitunter einfach so viele Bugs drin. Das ist zum Kotzen. so mit gleich mal zwei oder drei fische noch mal vorgesorgt los bin kein großer angler das ist das problem die unter die unter habe ich gesagt dunkel wird es auch schon wunderbar ja so noch ein dann können wir weiter müssen wir wieder verfolgen es ist doch ich will auch nur einfach einen sohn otzelot haben das gar nicht das problem sein sondern so otzekatze es ist dahin nachdem bis gefüttert haben so hier irgendwo rein oder nicht wieder fleisch steuer Das war's. Wo ist es hin? Du bist schuld. Okay, scary. Ich will hier nicht einfach nur mit einer nach Hause gehen. Was soll denn das? Hab doch Rücksicht. Ich werde sie auch gut behandeln. Ah. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier weg. Ein wenig Zeit ist noch da und eine Spinne ist auch da, wie schön. One hit. Nein, ich suche nicht. Wobei, so ein Zombie als Haussklave wäre doch auch mal interessant. Da kommt ja die... Peter für... Boah, ich... Peter für Zombies kommt dann an. Die meckern dann rum. Nee, so geht das nicht. Kann doch nicht machen. Doch, klar kann ich das machen. Hier, siehst du doch. Und du, dummes Huhn. Oh ja, klauen wir hier auch noch. Das könnte überall sein. Ich bin nur nicht da, wo ich es suche natürlich. Hast du grad... Und du, dumm, dumm, dumm. Nein, nicht sterben. Das ist ja cool. Komm her. Komm her. Ich will was zeigen. Komm her. Komm her. Oh. Schade. Tod. Naja. Ach Gott. Wir finden hier auch echt alles. Alles. Aber kein Ossolot. Das kann ich so einfach nicht stehen lassen. Das geht doch nicht. Was mache ich denn hier? Wollten wir alle verkacken oder was? Ja gut, dann muss ich wohl hier diesen... Erdhöhle. Ich fühle mich sicher. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.